Ja, mein Vater, das war ein Nazi, kann man nicht anders sagen. Zum Beispiel während der Studentenrevolte 67, hat er mir gesagt, die müssen alle in den Sackgassen rein, zwei Maschinengewehre aufgestellt und alles niedermähen. Weil mein Vater war ja damals noch bei der Kriminalpolizei gewesen und der hat mir damals ein Bild vom Polizeibeamten gezeigt, dass ein Polizeibeamter ist da, um Leute zu beschützen. Und dann ging es darum, vor allem Frauen zu beschützen und so ein ganzes Kram. Und ich bin dann 67 mal in eine Manifestation reingeraten, wo drei Polizisten eine Frau verprügelt hatten. Und dann habe ich natürlich gesagt, so geht das nicht. Da ist ein Weltbild für mich zusammengefallen, also Weltbild, in Anführungszeichen. Aber da ist einiges kaputt gegangen, von wegen der Polizei dann freut den Helfer.